Radda, 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 Im Wahlkampf vor mir liegt ein Zonenmädchen, warum kann es nicht eine Schönheit sein? Die Mundwinkel im Keller und zum Helm frisiertes Haar, mit Spreewald, Gurken, Atem, Angela, Im Wahlkampf vor mir liegt ein Zonenmädchen, mit ein paar Pumpen, das pack ich mit links, vielleicht flut ich Sachsen, Anhalt oder schmeiß ans Eichel raus, egal, ich denke mir schon noch was aufs. Radda, 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 Was klingt die Witzfigur da hinter mir nur? Ist die nicht mies? Wer rechnet sich noch Chancen für sich aus? Das Auge will mit, nech? Die Schose ist gelaufen, dieser kleinen Garnobe Spitz, Ja komm doch, komm, komm. Er glaubt doch nicht, dass er nochmal gewinnt. Wie 98? Im Kanzleramt muss endlich mal ne Frau ran. Frau? Willst du doch nicht? Die Pfeifentruppe putz ich locker weg. Ne Putzfrau hab ich schon. Ich werde sie besiegen. Ha, eher lernen Schweine fliegen. Ist Zapfenstreich, haben Sie das nicht gescheckt? Äh, äh. Radda, 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 Nun wird die ganze Sache langsam komisch. Dann lach doch mal! Die Hütchenspieler, ihre Zelt läuft aus. Hab wem es Gerhardt! Sie können dich nicht mehr verstecken hinter irgendwelchen Deppen. Ach. Die Trixer haben fertig und jetzt raus! Bye-bye, mein Sohn und Mädchen. Gute Reise. Tschüss, der Amtsvorgänger. Du in meinem Amt, ich lach mich schlapp. Für sie wird diese Wahl mit 5% zu Ende gehen. Du Plump, sag Blödsinn, ich schaff locker 10. In der Sache sind sie ein Abwahlprodukt. Sei dir mal nicht so sicher. Ich schlach auf Frauen. Ist das hier der Kanzleramtschlüssel? Wieso? 3, 2, 1, meins. Ey!